Hi, willkommen Hi, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin der Willkommiss-Brian oder einfach nur Yannick und begrüße dich zu einem neuen, absolut, absolut weirden Horrorgame. Wir dürfen uns endlich so fühlen wie ein Polizist... Schwein, wie ein Schwein. Ich verwechsel das manchmal gerne. Das Game, was wir heute spielen, heißt Feed the Pigs. Nicht Feed the Piss, wie man annehmen könnte, wenn man das hier so liest. Und es soll absolut weirder Horror sein. Und ich bin gespannt, was so gruselig sein kann, wenn man Schweine füttert. Allein die Geräusche beim Laufen machen mir Angst. Ei, oh boy. Okay, können wir auch rennen? Nee, wir können nur ganz entspannt laufen. Ach, guck mal, da hinten sind schon die Schweine. Get Feed. Moment, aber warum ist unser Task Get Feed? Heißt Get Feed nicht, dass wir verfüttert werden? Ähm, weil das möchte ich ungerne. Okay. Oink, oink, in die Runde, Freunde. Oink, oink. Ich weiß auch gar nicht, wie ich zu denen hinkomme. Gibt's hier ne Tür? Okay. Moin. Was, was geht? Wie lustig seht ihr denn bitter aus? Was? Die Augen. Get Feed. Es klingt so, als ob ich verfüttert werde. Oder muss ich noch irgendwas finden? Ich hab ein bisschen Angst. Haben die Schweine sogar oben einfach so Schlitze drin, als wären es Sparschweine? Ich bin Heiki verwirrt. Und, oh Gott, der kommt ja einfach aus dem Dunkeln so raus. Haben wir hier irgendwas? Press F to grab. Get Food stand da ja wahrscheinlich. Hol das Essen und jetzt fütter die Schweine. All right. Meine lieben Schweinchen, ich komme. Ui, 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 Polizei. Oink, oink. Mensch. Das ist, glaube ich, heute einfach, äh, das Video der schlechten Witze, Freunde. Ihr wisst Bescheid. Okay. Ähm, ich denke, wir müssen einfach da in den roten Kreis und da das Essen dann hinwerfen. I guess? Auch wenn dieser Gang hier sehr schmal ist. Also, ich dürfte tatsächlich kein Kilo mehr auf dem Rippen haben. Weil dann kannst du das hier knicken. Oh Gott, ist das hier unheilvoll. Oh Gott. Ist ein Schwein von dem gerade einfach verschwunden? Return home. Ja, ist, glaube ich, besser. Junge, was ist denn da gerade passiert? Wie bitte? Ähm. Okay. Klaro. Return home. Ist das denn hier meine Home-Hütte? Ich meine, ich gehe da jetzt gerade so ganz stolz hin. Aber da sind ja noch zwei Eimer. Ich muss die doch bestimmt weiterfüttern. Oder messe ich die dann? Das will ich natürlich auch nicht. Warum ist das eigentlich eine rote Lampe? Return home. Press F to sleep. Okay, Guna. Ähm. Hi. Das sieht so ein bisschen aus wie, kennt ihr das, wenn man in der Nacht mit so einer Kamera eine Katze anleuchtet? Die haben dann auch so Augen. Ach du Scheiße. Fütter das Schwein. Haben wir einen, so ein Mutterschwein oder was? What the fuck? Okay. Bitte esst jetzt nicht mich, okay? Okay. Ich weiß nicht, welche Gestalten ihr seid, aber Abstand bitte. Abstand. Es ist wie im Supermarkt. Jeder einen Einkaufswagen und vor sich her fahren, weil Abstand. Ich, äh. Hilfe. Ich fühle mich nicht so sicher. Ich sag euch, wie es ist. Okay. Kann ich jetzt wieder schlafen gehen? Would love to. Return to shed. Jetzt sind wir angelangt. Ich weiß nicht, ob hier auch ein Bett war, aber irgendwie, ah ja. Press F to sleep. Bitte, bitte jetzt wieder an... Oh Gott. Do not fail me. F... Fütter immer die Schweine. Sind das hier Leichen? Wisst ihr, worauf ich Angst habe, worauf das hinauslaufen könnte? Dass wir die jetzt nochmal füttern und dann haben wir nichts mehr zum Fährfüttern. Dann heißt es, du musst sie aber weiterfüttern. Dann stellen wir uns da in den Kreis. Oh Gott. Oh Gott. Ei, ei, ei. Hi. Ihr süßen Schweinchen. Moin. Return to hell. Zurück zur Hölle? Okay. Also ich hab's eigentlich immer immer zu Hause genannt, aber zu Hölle? Klingt wie ein schlechtes Restaurant von Frank Rosin. Ja. Okay. Okay. Wir haben jetzt nichts mehr zum Verfüttern. Ich möchte es nur nochmal einmal kurz erwähnen. Also wenn die Schweine noch mehr wollen, haben wir ein Problem. Dann müssen wir erst auf die Lieferung warten. Amazon hat da momentan so ein bisschen Problemchen. Press F to sleep. Oh no. Ich bin ein guter Farmer. Oh, schöner Himmel. Das haben manche Leute auf ihrem Rucksack gehabt und auf ihrem T-Shirt. Galaxy Gang. Ähm. Jeder gute Farmer sorgt dafür, dass seine Schweine genug zu essen haben. Auch wenn es kein Futter mehr gibt. Das sagte schon mein Großvater. Nachdem er von den Schweinen aufgefressen wurde. Bevor er von den Schweinen aufgefressen wurde. Okay. Die haben jetzt auch rote Augen. Nun gut. Ähm. Guten Hunger. Das Spiel hat sich von automatisch geschlossen. Ähm. Ich denke, hier bin ich richtig aufgehoben. Hier bleibe ich jetzt erstmal. Wir sehen uns. Bis dahin. Euer Brain. Tüdelü. Bis dahin. B Site. B Site. B Site. B Site. B Site. B Site. B extent. B Nelson. B. Darko. B D'네. B. Kint. B imagining j$400.